Ja, hallo zusammen. Ich identifiziere mich mit der Vergangenheit. Vielleicht sieht man mir das auch an. Und zwar, die Vergangenheit hat für mich noch ein paar offene Baustellen. Wie das auch heute schon angedeutet wurde, die Geschichte ist leider in vielen Fällen gefälscht. Und deswegen heißt unser Lied auch Dunkelziffer. Damit beziehe ich mich auf verschiedenste Zahlen in den historischen Büchern, die einfach nachweislich nicht stimmen. Und das ist in sich eigentlich eine traurige Sache, vor allem wenn es um Opferzahlen geht, wenn es um Leute geht, die extrem gelitten haben und um Ungerechtigkeit. Und hier wird geschummelt. Und das hat Andreas Popp heute auch gesagt, der Sieger. Schreibt die Geschichte und verfälscht die entsprechend. Und von dem her muss man sagen, aber wir versuchen ein paar Fakten zu bringen in diesem Lied per Rap. Das ist meine Schwester Ruth Elpida. Sie wird heute rappen für uns. Und das sind natürlich traurige Themen. Dennoch möchte ich sagen, wir möchten nicht Trübsal blasen mit diesem Lied, sondern die Pointe des Liedes ist eigentlich da, wo wir singen. Wir schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Heilgeschichte immer nur der Sieger schreibt. Vom Gedanken her, und daran glauben wir ganz fest, die Gerechtigkeit wird siegen und die Gerechten mit ihr. Und deswegen wird auch die Geschichte ganz anders aussehen. Und das glauben wir alle. Und es ist ein großes Vorrecht, dass ich mit meiner Familie dieses Lied ja singen darf. Das ist gar nicht selbstverständlich. Auch hier am selben Strick zu ziehen, das ist ein mega Feeling. Und ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Und ich freue mich drauf, das mit euch zu singen. Musik Kannst du die Stimmen hören, ohne sie hierauf zu beschweren? An Beinen aus der Unterwelt, ihr schreinenden Ohren gilt, jahrzehntelanger Wiederhall, von Schüssen, die dumpf aufbrüllen. Wie könnte ich schweigen, ignorieren, dass Dunkelziffern eure Gräber ziehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht, die Fälschung der Geschichte ins Gericht. Wie viele Menschen verhungerten in der Ukraine und in Kasachstan, bei der staatlich bewusst herbeigeführten Hungersnot in den 30er Jahren. Vier Millionen starben, so sagen die öffentlichen Zahlen. Doch es waren sieben Millionen, ein Tod unter höllischen Koal. Im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Zipi-Bevölkerung bombardiert, zählte daran 635.000 oder zig Millionen krepiert. Grund 6 Millionen deutsche Nachkriegsdorfer, nirgendwo registriert. Von den Siegermächten zu Tode gehungert, ja exterminiert. 1963 erlag John F. Kennedy dem Kreuzfeuer der CIA. Danach starben 35 Augenzeugen, als wär's ein Killer-Game. Fünf Jahre später wiederholt sich der Spiel, the same again, an Kennedy's Bruder. Ich frag nur, wie sinnlos musstet ihr gehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Drahtzieher vor Gerücht. Doch auch heute geschieht ein Massenmord. Wir machen die Gesundheit, das Komfort. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zu spielen. Gibt es wirklich keine Wissenschaftsstudien zur Schädlichkeit von Mobilfunk? Im Wahnsinn ist 34.861 Punkt. Um Handy Antennen. Vierfache Krebsrate. Steigende Tendenz. Nebst Fehlgeburten, Erbgutschäden, Unfruchtbarkeit und Impotenz. Wie viele Erkrankten an Autismus? Nach der Impfung endet er. Allein in den USA 250.000 oder unüberschaubar mehr. Warum starben im selben Land 14 Ärzte? Mysterius in fünf Wochen? Weil diese aktiven Impfgegner die Geschäfte der Pharma anfachen? Mysterius verstarb auch der Kinderhändler und Milliardär Edstein. Denn ein toter Vogel singt nicht. Die Untersuchenden durften nicht sein. Um den Kinderhändlermann zu truf, starben 27 Augenzeugen. Die hohe Dunkelziffer im Kindesmissbrauch ist nicht mehr zu neu. Wie sinnlos muss es hier von uns gehen. Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht. Und die Bahren ranzieren vor Gericht. Nach erbrochen der Machtlosigkeit. Haben wir uns von den Ketten befreit. Schreiben neu die Geschichte der Zeit. Weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Woher sind wir es. Sieg uns direkt... Von Gott nicht... Wie säg dir's mir, buzzen dein Lieben und Kontrollen Wii, das curse in sie. Auf geht es keinem Weg. Es kommt hier und tut es einfach, wir within alles Tempelzen. Es ist wichtig, dass es euch öffnen исторisch fühlen davon ist, ich könnte ährenlichen conditioneram. Vielen Dank.